So, ihr merkt schon, wir steuern hier unaufhaltsam auf den emotionalen Höhepunkt des heutigen Tages zu. Es gibt Schlachtrufe, es gibt WM-Songs, es gibt Fangesänge, aber was noch fehlt, sind große, gefühlvolle Balladen über den Fußball. Man könnte auch sagen, Ball-Balladen. Und diese Lücke muss geschlossen werden. Und ich singe jetzt die schönsten Ball-Balladen, aber das tue ich natürlich nicht alleine, sondern zusammen. Mit der großartigen Janine Michaelsen! Hallo! Hallo! Janine Michaelsen! Vielen Dank! Janine, wir beleuchten Fußball von einer ganz neuen Seite. Meine Damen und Herren, die Gefühle haben keine Schweigepflicht mehr. Es wird hier gleich so viel Emotion geben, dass wir das natürlich auch physisch ausdrücken müssen. Und zum Glück haben wir unseren eigenen Fußballverein. Herzlich willkommen! Der erste FC Pussy Terror TV! Wow! Ja! So, Maestro, ich würde sagen, Anpfiff! Im Fußball ist es ja ganz oft, wie auch im echten Leben, aller Anfang ist schwer. Und ihr kennt das, man hat 1000 verschiedene Möglichkeiten, wo man das nächste Spiel gucken kann, aber man kann sich nicht entscheiden. Jeden Abend stelle ich mir dieselbe Frage, wo schauen wir heute das Spiel? Ja! 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 Aber irgendwann guckt man dann natürlich irgendwo, vielleicht sitzt man auch nur blöd auf irgendeiner Sofa-Armlehne, ja, aber es ist spannend, das Spiel läuft und alle fiebern mit pure Emotionen. Lass ihn nicht rein, lass ihn nicht führen, das wär Mist, nein, das darf niemals geschehen. Du darfst nicht vorn, jedenfalls nicht, wenn sich Schiri siegt. Lauft schon los, lauft jetzt los, nach hinten startet groß. Lauft schon los, lauft jetzt los, sonst sind die Räume wieder zu. Gleichheit, Zeit, kein Tor weit und breit. Stürmer, jetzt lauf! Sonst komm ich nach Russland und zeig es dir. In jeder Gruppe, in der man Fußball guckt, gibt es ein ganz armes Schwein. Und ihr wisst alle, warum. Jedes Mal die gleiche Scheiße und es nervt mich immer mehr. Ich trinke Biere, literweise und dann drückt die Blase sehr. Ich muss gehen, denn bis zur Halbzeit schaff ich's nicht. Niemals. Ich sitz auf dem Klo und dann fällt ein Tor. Und ich hab's verpasst, ja das kommt ständig vor. Und während sie schreit, mache ich grad klein. Bei Spanien, Iran, zieh ich ne Windel an. Aber eine mit Deutschlandfahne, ne? Mindestens. Aber zurück zum Spielgeschehen. Da geht es gerade richtig hart zur Sache. Was für ein böses Faulgrad, das war wirklich doll. Muskelsicher gerissen, der Arme krümmt sich voll. Die Sanitäter kommen, kann er jemals wieder gehen. Die machen etwas Sprey drauf, schon kann er wieder stehen. Das ist ein Wunder. Wir lieben die WM, aber es wird zu viel geredet. Vorher, währenddessen, hinterher. Die labern zu viel. Was ist los, Didi Hamer? Wie wir gucken, wie ihr labert. Jeder kämpft Fußball heutzutage. Stell doch ein bisschen keine dumme Frage. Was los, Oli Kahnmann? Wie der Lothar wieder labert. Wir wollen doch einfach nur das Spiel sehen. Könnt ihr jetzt bitte mal aus diesem Bild gehen? Und irgendwann gehen die dann aus dem Bild und man kann endlich das Spiel wieder gucken. Doch dann das nächste Ärgernis. Der Schiri trifft eine Fehlentscheidung. Und er zeigt ihm rot, dieser Vollidiot. Was war das für ne Scheißaktion, du mieser Hurensohn? Das war niemals Elfmeter, der fiel doch erst viel später. Verräter, verräter. Und dann sind eigentlich alle Fragen beantwortet. Wobei, nein. Eine Sache haben wir noch zu klären. Eine Frage, eine Frage. Irgendwas ist anders. Ja, irgendwas ist anders. Doch was kann das sein? Ja, jetzt fällt's mir ein. Ich sehe hier gar kein Oranje. Was ist mit Holland bloß passiert? Und Italien hat sich wohl auch nicht qualifiziert. Dann nächstes Mal in Katar. Das war Pussy Terror TV. Vielen Dank an meine Band Girls & Pussys. An unseren ersten FC Pussy Terror TV. An Micky Beisenherz, Felix Lobrecht und Janine Michael Elsen. Tschüss, bis nächsten Mal. Sag ihm erst! Tschüss. 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 Tschüss.